Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer kleinen Runde Minecraft Master Builders und wir bauen heute das Wort Hot Chocolate. Ja, das ist machbar. Kurz im Ohr, kratzi, kratzi, kratzi. So, dann brauchen wir erstmal Quarz, ne Menge Quarz. Dann brauche ich noch Wolle, Petri, dann nochmal Quarztreppe, Quarzstufe vielleicht auch noch, braunen Ton, braunen Ton und die Partikel dann noch. Okay, also, dann fangen wir erstmal an hier. So, ah, schön ist das hier. So, ein bisschen hochbauen. Ein bisschen noch. Ich merke gerade, der ist nicht gedingst. Das hätte ich gerade gar nicht abbauen müssen. Der muss nämlich symmetrisch sein. Ich brauche Symmetrie, um zu arbeiten. So. So. Dann eins bauen wir noch hoch. Dann haben wir fünf in der Höhe. Ich bin... Ich wollte noch was ranbauen und das brauche... Ah, zwei Platz, ich trottel. Ne, einen. Einen Platz. Also, muss ich hier nochmal hoch. Ah, jetzt hört man wieder das Klicken meiner Maus. Das mag ich immer nicht, wenn man das Klicken meiner Maus hört, aber gut. Man hört es ja sowieso fast ständig. So, sind wir jetzt hier fünf hoch? Ja, jetzt sind wir hier fünf hoch. Perfekt. Egal. 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 Wir sind ja zwar nicht symmetrisch, aber dann... So. So. Dann kommt die Quarztreppe da so ran. Dann kommt da eine Quarzstufe. Noch eine Quarzstufe oben drauf. Dann wieder so. Dann wieder so. Dann so. 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 Hier nochmal so. Dann lassen wir da und da. Und dann kommt da noch weiße Wolle rein. Dann kommt da noch ein bisschen... White Smoke. White Smoke. White Smoke. Smoke. Smoke weed everyday. Aha. Nicht der Smoke. Hier. White Smoke. So. Und... Ja. Dann könnte ich das hier noch ein bisschen runder machen. So. Wenn ich das so seitwärts anbringen könnte. Kann ich theoretisch. Indem ich... So mache. Und dann so. Und das hier abbaue. Aber das bringt nichts. Ja. Das in einer Minute finde ich aber ein bisschen... Mäh. Außerdem... Finde ich, kann man das hier ruhig noch eins hochbauen. Ähm. Ja. Jetzt da noch irgendwas zuzubauen ist dämlich. Aber ich mache auf jeden Fall bei mir Time of Day. 9 PM. Dann brauche ich noch ein Schild. Ach Gott. Schild. Das... Das... Weiße sind... Marshmallows. Der... White... Wool... Is... Marsh... Mellow. Ah. So. Mal gucken. Das ist mit Marshmallows, ja. Hm. Naja. Also in einem Glas würde ich eine heiße Schokolade jetzt nicht servieren. Und weil es das erste ist, kriegt es von mir auch ein Mäh. Weil ich nicht weiß, was danach noch kommt. Aber ansonsten... Ja. Ist nicht schlecht. Das wäre okay. Aber das hier ist zum Beispiel richtig kacke. Es ist... Wie kann man sowas bauen? Wie? Ich meine... Das ist... Das ist scheiße. Das ist scheiße in einem... In einem Becher. In einem... Tassending. Ja, das ist... Auch nicht... Ich habe noch nie jemanden heiße Schokolade mit Stroh im Trinken sehen. Aber gut. Das ist scheiße. Das ist nicht so gut wie das erste. Also das ist auch ein Mäh. Geh Steine farm. Halt deinen Maul. Geh du mal Steine farm. So, das hier gefällt mir schon besser. Das ist... Das ist okay. Das ist... Gut. Dafür gebe ich ein Gut. Das... Die Tasse ist süß. Obwohl die Tasse ist ein bisschen... Die Tasse ist zwar süß, aber der Henkel und... Ja, bisschen klein auch. Also in 5 Minuten. So. Stressless haut ab. Nein, 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 nein Das ist ein bisschen überschwemmt, aber das ist auch ein Gut. Das ist kein Amazing, aber das ist ein Gut. Das ist ein Gut. Auf jeden Fall. Toast Royale. Also wenn der vor mir ist, habe ich damit kein Problem. Aber zum Beispiel, wenn der hier vor mir ist, habe ich damit ein Problem. Weil das finde ich... Er ist ein Mäh. Er hat eine Tasse gebaut. Aber es ist scheiße. Nein. Doch, Mäh. Ich schwanke. Ich bin eigentlich heute richtig streng. Auch eine Runde davor, die ihr nicht sehen könnt. Oder nicht sehen konntet. Meins. So, kaputte Hauen. Oh, das... Das finde ich geil. Das muss ich sagen, das ist das Beste. Das ist das Beste. Meins ist das Zweitbeste. Aber Flying Shortagirl, der hat es drauf. Das finde ich jetzt schon kacke. Warum Hase? Ein Amazing für kleinen Hasen. Nö, jetzt kriegst du das recht. Nein, ist er bleeding, du Affe. Du hättest von mir vielleicht sogar noch ein Okay bekommen. Weil die Tasse echt gut ist. Also hier der Henkel. Besser als das, was ich schon mal... Das ist aber Kaffee. Das ist kein... Nee, es ist... Es ist okay. Es ist Kaffee. Es ist dunkel. Dunkel war ich. Jawoll! Sieg mit unserem Kaffeebecher. F1. F2. 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 Der Kaffeebecher hat uns den Sieg gebracht. Extrem geil. Dann können wir jetzt auf Slash Hub gehen. Ich sehe gerade, ich habe die 5 gerade bei mir wieder rausgebrochen. Weil die 5 ist bei mir locker. 2 Dinge, die ich noch sagen will. Auch wenn hier jetzt wahrscheinlich kaum noch einer hinguckt. Aber das ist mir gerade egal. 2 Dinge muss ich noch sagen. Und zwar als erstes... Neues Jahr. Neues Intro. So viel kann ich nur sagen. Es wird ein neues Intro bald irgendwann geben. Dann, wenn ich eins gefunden habe, was auch für mich passt. Für mich zu meinem Kanal passt. Und dann lasse ich noch ein paar andere drüber schauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig das Intro jetzt wechseln werde. Sondern es ist einfach so. Ich wechsle jetzt einmal das Intro. Und dann bleibt es auch auf jeden Fall bis... Juli, August, September wird es auf jeden Fall ein dasselbe bleiben. Wenn nicht sogar bis Ende des Jahres. Wir werden es sehen. Und zweite Info. Morgen kommt ein Video, in dem ich eine Menge erzähle. Also auch über was jetzt noch so kommen wird. Was jetzt noch so folgt. Also... Wäre es mir wichtig... Wäre es mir wichtig, dass ihr euch das anguckt. Auch wenn es nur Bad Wars ist. Aber da ist das Gesagte wichtiger als das Gameplay. Diesmal wirklich. Und ja, ich hoffe ihr nehmt euch meine Worte zu Herzen. Die ich jetzt gesagt habe. Und die ich auch gestern gesagt habe. Und vorgestern gesagt habe. Und ähm... Ja, dann halt nochmal die Umfrage. Guckt unten. Votet für euer... Für euer Spiel. Und dann würde ich sagen... Irgendwas wollte ich noch sagen. Aber das ist jetzt egal. Ach ja, der Hintergrund ist wieder normal. Also wir haben jetzt hinten wieder die Ratte. Und kein Adventskalender. Das ist noch das, was ich sagen wollte. Und damit... Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Sagt euer Kreos. Bye, bye. Buh-hah.